Okay, sag mir, wenn du bereit bist. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Er hat mich verraten. Hallo liebe Freunde und es geht weiter mit ItTex2. Wir sind hier fertig, es geht weiter. Ich bin gespannt, was uns diesmal erwartet und freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. So, was denkst du, was jetzt kommt? Nein. Oh nein, was uns als nächstes erwartet. Ich hab das schon noch nicht gespielt, schaffst. Ja, du kannst ja raten. Okay. Okay, ach, schaffst. Oh no, I forgot, I never finished building the... Hör aufzudrücken. Entschuldigung. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Pssst. Wir sind jetzt im Mittelalter. Ah, wieder ein Spiel. Ich mach dich wieder fertig. Okay, los. Was ist das? Vogel ist da. Hä? Ach so. Ach, das ist einfach. Boah, bei sowas bin ich Experte, ich sag's dir. Sowas kann ich voll gut. Früher hab ich immer sowas gespielt. Okay, langsam ist es zu viel. Ich hab 56 Punkte. Du hast nur eins. Wie, nur eins? Wie viel hattest du? Das war so aus. Noch einmal? Ja, aber... Boah, ich bin so gut bei sowas. Ich bin sehr gut. Du hast gar keine Chance. Du weißt aber, was du zu tun hast, ne? Wenn du Dreieck schlägt, Dreieck. Ja. Aber nur den Einzeichner hab ich nicht verstanden. Dreieck, Vierieck, Kreis. Aber... Gut, das ist Kreis. Ah, okay, das ist Kreis. Okay. Das hat sich nicht viel zu haben gemacht. Und du musst drücken, wenn das in dem Kreis ist. Du hast immer noch keinen Punkt. Du hast irgendwas falsch. Okay, jetzt bekommst du Punkte. Das ist richtig! Oh, ich bin so gut. Das ist schon nicht mehr normal. Warum krieg ich keine Punkte? Ich bin glaub ich viel zu gut, deswegen. Ja, bei mir gibt es... 59 Punkte wieder! Ich glaub, bei mir ist das... Nein, ich glaub, weil ich zu gut bin. Nein, 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 das ist witzig. Es gab so früher so Spiele, wo du... ähm... ... sowas machen musstest. Das war... ... mega einfach. So, wohin müssen wir jetzt denn? Ich will auch rein! Warte! Ey, ich will auch! Hallo! Geht nicht! Ach! Ja, klar! Die gehen auch immer schneller. Da ist kein Platz mehr! Ah, da! Komm schon, lauf! Oh, endlich! Wow! Wow! Wo sind wir hier eigentlich? Ist es schon zu Ende? Nein, nochmal! Das zählt nicht, okay. Oh! Hier ist so ein Rucksack. Vielleicht sind wir im... ...Büro oder so. Oh! Huhu! Das haben die voll schön gemacht. ABC! Hey, Cody! Hier ist schon groß? Wow! Okay. Wir müssen aussteigen. Hier waren wir schon. So, komm mal raus, Mahmoud. Ach du, guck mal! Komm, wir machen hier mehr Punkte hier. Ich komm raus. Du musst... ...dings... ...Kreis drücken. Mach ich. Wuhu! Zehn Punkte! Ich hab zehn Punkte! Oh, da muss man ja komplett wieder neu anfangen. Warte, warte, lass zusammen machen. Warte auf mich. Warte. Und dann wäre er am meisten Punkte schafft, okay? Man hat nur einen Versuch. Okay, warte. Okay, sag mir, wenn du bereit bist. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Boah! Ich hatte fast 500! Wie viel hast du? Wird das zusammen addiert, wenn du da in der Mitte bist? Keine Ahnung. Ich hab gewonnen, ich hab 170, tut mir leid. Wieso, wieso du bist so... Oh nein. Ich hab 170. Aber, ja, ich hab 170. Außer, das wird bei dir zusammen addiert. Ich kenn mich damit nicht so aus. Ja, wenn man alles zusammen addiert, 60, wird man halt viel mehr. Nee, also wir machen das aber nicht so ein Spiel, gibt's nicht bei uns. Ja, was denn? Nein, tschüss, ich geh, ich hab gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Ja, okay. Okay, komm, noch einmal. Wieso, lässt du denn Schluss? Du musst reingesetzte ganze drücken. Okay, komm, letztes Mal, okay? Und... Nur die Punktzahl zählt, wo du wirklich am meisten drauf bist. Ja, wo... Ja, oben, mach mal da. Du musst diesen Berg da hoch. Nein, geh geradeaus. Genau, da hoch. Das heißt, wir können zu schnell hingehen. Hier, komm jetzt. Eikopf, ist schade. Oh, das ist ein Kopf. Bist du ready? Okay. Eins, zwei... Okay. Komm, mach du zuerst. Nein, wir machen beide zusammen gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Komm doch! Oh, ich hab 500! Oh, ich hab 500! Du musst jetzt 500 schaffen, sonst hast du verloren. Eins! Okay, wir sind beide gut. Wir sind der Bessere. Ah, du hast mich zerquetscht, du Fettsack. Okay, jetzt lass uns mal gucken, was wir hier eigentlich machen müssen. Hier gibt's ja voll viele Sachen. Ich hab's ja auch nicht 500 geschafft, aber auch. Ich hab bei dir nachgeguckt, wie du gemacht hast. Ja, hab ich mir schon gedacht, was ist das denn? Ah, der braucht Hilfe! Hoch? Oh, super. Nochmal. Ja, ist klar. Komm doch schon! Lass ihn gehen. Okay, ich lass ihn gehen. Okay, was ist hier eigentlich unser... Ah, hier ist... Guck mal, wir können uns hier heilen... Äh, seilen. Heilen. Seilen. Wir müssen... Wir müssen... Hier gibt's so viel, wir müssen uns hier alles... Auch... Hier sind so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay? Das ist das hier? Oh, das wird hier nicht so einfach sein. Ich sag's dir. Oh, hier müssen wir definitiv was machen. Das muss ich bestimmt... Ich glaub, das müssen wir... Das geht super. Siehst du? Nein, ich muss das hier... Guck mal! Ich muss das hier... Siehst du? Dieses ein Spiel da... Muss ich irgendwie kaputt kriegen. Geht aber nicht. Wieso geht das nicht? Wachmut, geh mal oben. Genau, benutzt mal... Also wir haben... Also wir haben... Ich muss schon jetzt zusammenstehen. Scheiße. Okay, versuch mal... Okay, warte mal. Lass uns mal zu... Kannst du den Balling-Kugel da... Ah! Okay, okay. Und jetzt das... Ah, okay, warte. Ich weiß. Wir müssen dieses Spielzeug-Ding da kaputt machen. Okay, mach mal jetzt. So, siehst du? Warte, ich versuch mal was. Was denn? Wuhu! Jetzt komm nach vorne und nach... Warte. Wuhu! Okay. Ah, jetzt, jetzt geht's. Du musst das nach unten bringen. Nach unten kannst du aber nicht. Geht nicht mehr nach unten. Doch. Und jetzt müssen wir... Ich glaube, jetzt muss ich... Lass mal los. Komm mal näher. Ah, hier, guck. Komm näher, komm näher. Lass es einfach. Komm. So, let's go. Ah, okay. Was ist das für ein Geräusch? Hörst du das? Und? Ah, wir haben uns gar nicht so richtig umgeschafft. Oder haben wir alles gesehen? Meinst du? Oh. Das geht nicht. Ach, da ist dieses Elefant von Rose. Siehst du oben? Die müssen wir ja kaputt machen. Oh, oh. 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 We're not here to cause trouble. Yeah, yeah. We're here to see the Elefant. Hmm? 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 Du bist Mahmut. Das war keine gute Lüge. Hakim war ja auch noch da. Das war eine gute Lüge, die Elfante, der Königin des Magikas. Du hast es einfach zu verraten. Hör nicht auf ihn, ok? Er ist verrückt. Loco. Er ist schuldig. Oh ja? Loco. Dann warum nicht du die Lüge der Lüge zeigen hast? Vielleicht ich werde. Okay, so die Sache mit der Lüge ist, dass es sehr komplex ist. Toll, jetzt sind wir im Gefängnis. Zum Glück haben wir eine Toilette. Das soll ich so gehen. Ich musste mal dringend. Ja, stimmt so. Wieso hast du eine Gefängniszelle gebaut? Ich sage es dir, er sieht aus wie du. Nur in Blunt, Cody. Ja, ich wollte mich da umschauen ein bisschen. Ja, du Fettsack. Ja, du Fettsack. Mit seinem Arsch. Was hast du mit seinem Popo? Keine Ahnung. Das sieht so aus, als... Pampas. Guck mal. Ja, endet doch dir. Guck, guck, guck. Ja, red doch noch lang leiser, damit man sich ja nicht hört. Was macht er? Die geht joggen. Boah, das nennt man gar nicht, dass du das bist. Bei dir auch nicht. Was? Wir haben Kräfte. Was? Das ist ja komplett wie ein anderes Spiel. Mahmoud! Was passiert hier? Meins ist wieder viel, viel cooler als dein Graf, Mahmoud. Okay, das reicht. Komm, wir müssen jetzt kämpfen. Ladies first. Als wir das Spiel von... Mach auf! Du musst... Du musst einen Knopf finden. Oh, dankeschön. Ja, ne, irgendwie so, ähm... Solche Spiele kenne ich, aber ich weiß... Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ach, ich hab auch Kräfte. Warte, Moment. Hier lang, hier lang. Upsi. Warte, nicht sterben! Okay, wir sind grad aufgeregt. Vorsicht, komm. So, du musst dich hier durch teleportieren. So, drück auf den Knopf. Da auf den Boden. So, dankeschön. Wir müssen ruhiger bleiben. Wir sind jetzt... Mahmoud ist überfordert mit den Kräften. Okay. Gefrierangriff. Ah, okay. Komm jetzt da durch, schnell. So. Hier sind Gegner, Mahmoud. Schnapp ihn dir. Schnapp sie dir. Ich will, ich will. Okay, du musst dich wieder teleportieren. So, drück auf den Knopf, bitte. Auf den gelben. Nein! Drück auf den gelben, ich muss dann schnell durch. Nein! Ey, mach, Mahmoud! Na und? Du hast das extra gemacht. Ja, ich muss die vernichten. Du musst da draufbleiben. Du musst dich für mich opfern. Warte. Nein! Mach, Mahmoud! Jetzt geht er drauf. Drück mal Kreis. Ja. Ja. Ja, geh doch, Mahmoud. Drück Kreis. Du hast sie getroffen. Nochmal, schieß doch direkt nochmal. Ich komme ab. Du stirbst doch nicht direkt. Schieß. Schieß. Nochmal, nochmal, schnell, schnell. Das, dass du mich dann leer hast. Aber du hast deinen Power benutzt. Das können wir noch gebrauchen. Okay, jetzt drück drauf. Warte, das kann ein bisschen dauern. Okay, ich habe es geschafft. Schaffst du das alleine? Und jetzt? Vielleicht muss ich zu dir rüber. Ah, hier. Mach mal hier kaputt. Geht das nicht? Was müssen wir jetzt machen? Okay, wir müssen hier durchmachen. Kannst du irgendwie nicht hier durch? Ah, warte mal. Versuch mal hier irgendwie so Eiszeugen zu machen. Ah, damit du da rüber gehen kannst. Du bist gut. Was ist los mit dir heute? Okay, jetzt muss ich auch rüber. So, okay, perfekt. Und jetzt musst du die Sachen hier... Ja, genau. Oh, ich bin tot. Nicht sterben. Mach mal auf gar keinen Fall sterben jetzt. Okay. Nein, ich bin wieder tot. Nicht sterben. Okay, nein, doch nicht. Ja, ich versuche hier rüber zu gehen. Oh, nein. Mach gut, ich brauche Hilfe. Komm schnell rüber. Oh, Gott. Nicht... Oh, nein, ich darf nicht sterben. Du musst das Eis machen dort und dann versuchen rüber zu kommen. Genau, schnell rüber laufen. Perfekt. Oh, Gott. Nein, ich bin tot. Nein. Okay, let's go. Oh, das ist schwer. Ich bin wieder tot. Das gibt's noch nicht. Angreifen einfach. Er ist abgehauen. Nimm das. Ich seh gar nichts mehr. Der ist da. Du musst dich da rein teleportieren. Ich weiß, dass du schon hier spielst. Oh, du bist tot. Ja, du bist da. Teleportier dich da rein, damit du ihn angeweilt hast. Nimm das. Ich weine. Okay. Du schaffst das. Du musst wieder da raus. Wir haben unser Power aktiviert. Kreif ihn an. Oh, yes. Der ist, glaube ich, tot, oder? Ja, wir haben es geschafft. Ups. Weg mit dir. Okay, ähm. Mahmoud. Ich will sagen, wir beenden das Ganze hier und machen beim nächsten Part hier weiter. Das ist schon ein bisschen ungewohnt. Was machst du, Mahmoud? Ich sagte, wir machen hier Schluss. So, ciao, Leute. Und bis zum nächsten Part. Alles Пом questions. Wir gehen. Wir gehen, surge sí. Wir gehen, were gehen. ическиеемон Saat. Wir gehen, twitter Motion.